Stell dir vor, du hast einen Spreisel wie diesen in deinem Finger und hast keine Pinzette dabei. Hier die Lösung. Für deine selbstgemachte Outdoor-Pinzette benötigst du jediglich drei Geldstücke jeglicher Art. Die schiebst du einfach zusammen, ungefähr so zur Hälfte. Jetzt kannst du sie so kippen und greifen. Hier siehst du den Spreisel. Denn diese Pinzette hat eben nicht jeder dabei, wenn man sie benötigt. Einmal zur Demonstration. Einfach hin, schön greifen und dann haben wir ihn auch schon. Ich lege ihn hier mal ab. Da ist er.